Dieses Auto ist für uns das typische Klang gewesen, für die zukünftigen O-Mann-Tazen-Fahrzeuge von Audi. Der Audi hat den Anfang gemacht, beim Audi hat den Vordergrund Status und Prestige. Bei diesem Fahrzeug hier ganz eindeutig, den man Sportlichkeitschaft, Sportlichkeitschaft und Promositivität. Dieses Auto ist die Essenz von einem Audi-Bolo und damit die Essenz der neuen Designbedürfung. Ich finde, wir dürfen das Versprechen ein, das wir machen mit dem Audi-Bolo, mit diesem Auto ein. Dieses Auto ist die neue Form des Bronte Wissbach, der neue Audi A7. Er ist das dynamische, sportliche Gesicht der Oberklasse von Audi. Und diesen Charakter unterstützt natürlich ein Single-Frame, der so tief ist wie es noch nie ein Single-Frame war, aber extrem weit. Das wird unterstützt durch extrem starke Schallwerke. Ich bin besonders stolz auf das neue Tagverdicht, das Digitalisierung...